Hartanall mit Panzerstahl! Na, eine Bratwurt wäre jetzt nicht verkehrt. Okay. Okay, wie machen wir das? Pionier vorschicken? Seh, aber seh! Dann los! Jawoll, wird gemacht! Wir geben uns in Angriffsposition! Erobern! Okay. Oh, 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 oh! Sie sind ganz mutig! Okay! Ich kann mir ein bisschen härteren Geschütze, o Fahrer! Ja, ein viel mehr habe ich noch! Pioniere rücken aus! Ich geh mal rein gucken! Jawoll! Meinst du, da steht noch was? Jo, ist alles voll! Oh, oh! Ähm... Ich würde sagen, heizen wir noch immer mit der Galliope entweder dort, dort oder dort, weil das sind so viele Pucks, dort kann ich da drin fahren! Ei, ich schieße einfach mal hier in die Mitte! Ich meine 19 sind nicht! Na, ein bisschen mehr dort! Die meisten sind nämlich dort! Ich hab sie schon geschossen! Scheiße! Scheiße! Alter! Ja! 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 Ich habe mal mit dem Gas voraus! Ja! Oh! Ja! 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 Das ist ja! Da vorne, Justin. Mein Königsliga macht ja eh nix. Das sieht denn Spaß hier. Schaust du, oder? Nicht ganz. Ein geschnitt. Wie ein geschnitt? Warte, wir sind jetzt ohne Kack. Na ja. Wie viele 30 Stinks hast du da stehen? Ich kann doch ne V1 reinjagen. Hier auf die Panzer. Ach was. Haben wir's doch. Da scheppert's nur. Sie greifen ein erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Oh. Warte hier. Sie greifen an. Wo denn? Ah, das ist ja eine Flamme. Ja, wirklich. Oh. Achtung! Oh. Oh mein Team. Der Boden ist dem Erd... Wow. Der Boden ist dem Erdboden gleichgemacht. Nö! Ich wollte mich zerbomben. Einer ist down. Out of control. So ist ein down. Der Einer hat er nicht. Ne, ist gerade einer Out of control und der ist dann... Oh, hast du den gemeint? Ja, der hast du gemeint. Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angekündigt. Wo war da nochmal ne Pack? Ah, du hast dich grad selbst gemütet. Pfff, passiert. Alter, der kommt übelst angreifen jetzt. Ja, du hast den greifen. Mir einfach an. Ich will meine Nebelwerfer auch nochmal ein bisschen nach Aktion setzen. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich fahr vorwärts. Ja, weißt du wie lange meine Nebelwerfer braucht? Ich kann die da nicht durchziehen. Geh mal hier den Kack-Wichser hier wegmachen. Hier und mittendrin im W-Starr. Mach den W-Starr mal frei bis dahin. Ich kann meine Nebelwerfer da nicht hinschicken. Achtung! Achtung! Sie greifen erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Wir sind beschliffen! Die Yankees greifen einen unserer Beobachtungsposten an. Flugabend los! Der W-Starr, Achtung! Da ist der in der Hand. Da ist der in der Hand. Da ist der kein W-Starr. Da ist der. Ich brauch hier Hilfe mit den fucking Pucks. Volga! Prinz er besteht sich hier! Schon hier, die gerade weg. Oh, da kommen sie angeflogen. Oh, jetzt kommen sie zurück. Ich schweiße. Alter, mal Team. Ich hab einen Brombe gekriegt. Alter, wir sind wie eine Praxis. Nein! Nein! Guck dir, dass er... Oh, fuck. Mein Team. Der war gerade praktisch einfach... Mann, los, zurück. Was dann? Was ist da mit denen? Tot, 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 tot. Warum? Weil der gerade Brombe zu überflogen ist. Einem Kopp ist keiner tot. Jetzt reicht es mir. Fahr mal in den Taubgebäude. Ich spiele in den V1-Kernjahr. Ah, ihr Bixer. Weil ihr legt es mir noch am Arsch. Ey, da kommt ein Pack runter. Fahr mal ein bisschen näher. Wegen der V1. Dann will ich ihn mal schicken. Kann ich richtig. Da geht es. Was liebster Angriff hier drauf. V1, Feuersturm, komplette Programm. Die V1 kommt. Wir haben das geboren ausgeschlossen. Geholteser aus dem Himmel. Die V1-Kernjahr-Panzer können dir nichts entgegensetzen. Achtung! Räuber wird eingeleitet. Das ist noch hier drauf. Was hast du eigentlich geschossen? War da nur ein Typ drin? Ne, das war... Panzer... Kommando. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Es war alles voller Scheiße rumgefahren. Also, das war geil. Das war okay.